Was ist denn das für ein Vollidiot? Leck mich am Arsch! Verstehen Sie, dass alle draußen die ganzen Orale hängen ist. Hier über den Haufen gefahren, jawohl! Genau, immer schön rennen mit auf dem Gas drehen. Vorsicht! M-Power Autos Control. Lass die Luft, hört schon grinsen. Ja, jetzt wird es aber hier mal eigentlich... Ja, ja, die bremst immer rötchenfrei draußen. ...m-B-A-N-P-A-N-P-A-N-P-A-N-P. Oh, oh, oh. Ja! Wieder! Naja, aber jetzt kann er sowieso weiter vorbei, auch wieder. Geil! Du meinst selbst, willst du einmal nicht so laufen zum Econ vorbei? Ja! Du bist nicht so nass, dann stellst du uns quer, dann steh ich nur noch quer und keiner kommt durch. Der fang! Ja, das müssen wir ja zeigen. Das müssen wir ja tun. Das müssen wir ja tun. Das müssen wir ja tun. Okay. Ja! 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 Super! Ja! Ja! Ich fand der Prastowus noch an ihm vierten, schön. Kannst du denn? Das war's gut. Ah, die ist geil. Aber jetzt holen wir noch einen Scherz, füllen wir auf Drehdruck. Ja, das ist ja ein Mist. Es ist doch ein Mist. Trotz doch zu, Idioten. Das gibt es doch alles nicht, oder? Das ist Wahnsinn, oder? Ja?